Und so konnten wir es dann schaffen, in einem einzigen Monat über 20.000 Euro zu verdienen. Herzlich willkommen zu diesem brandneuen Video. Heute gibt es mal etwas ganz Besonderes und zwar, ich werde euch die beste Strategie für passives Einkommen zeigen. Das Beste bei einem passiven Einkommen ist, wie der Name schon sagt, dass man nicht aktiv Geld verdienen muss. Das heißt, man muss keine eigene Arbeit reinstecken und kann trotzdem Geld verdienen. Jetzt werden sich einige denken, okay, das klingt aber zu gut, um wahr zu sein. Es ist allerdings wahr. Und zwar werde ich in diesem Video ganz genau beweisen, wie wir über 20.000 Euro in einem einzigen Monat verdient haben. Für diese Strategie benötigt man keine besonderen Fähigkeiten und, was immer wieder gefragt wird, für diese Strategie muss man auch kein Gewerbe anmelden. Das heißt, man kann das Ganze komplett nebenbei machen. Warum muss man kein Gewerbe anmelden? Weil man das Ganze eben komplett als Privatperson und nicht gewerblich macht. Das heißt, man kann das Ganze komplett nebenbei von zu Hause aus machen und man benötigt auch keine besonderen Computerkenntnisse oder dort gewisse Erfahrungen. Das Wichtigste ist, dass man alle Schritte genauso befolgt, wie ich es in diesem Video erkläre. Deswegen lege jetzt alles andere beiseite und schaue dieses Video konzentriert bis zum Ende an. Denn dann wirst du genau erfahren, wie du das Maximale für dich rausholen kannst und am besten von unserer Strategie profitierst. Gib jetzt schon mal gerne einen Daumen hoch, wenn du in Zukunft mehr von solchen kostenlosen Videos zum Thema Online-Geld verdienen haben möchtest. Mein Name ist Leon Kramer und hier auf diesem Kanal gibt es immer die neuesten und besten Methoden in den Bereichen Online-Geld verdienen und passives Einkommen aufbauen. Wenn dich diese Themen interessieren und du es auch schaffen willst, langfristig und seriös Online-Geld zu verdienen, kannst du gerne den Kanal komplett kostenlos abonnieren und die Glocke aktivieren, dann bist du mal auf dem neuesten Stand und verpasst keine weiteren Videos mehr, die dir in Zukunft helfen werden, neue Einnahmequellen aufzubauen. Heute schauen wir uns eben eine extrem spannende Methode für passives Einkommen an, die man eben anwenden kann, ohne einen Gewerbe anmelden zu müssen. Gib schon mal, wie gesagt, gerne einen Daumen hoch für einen zweiten Teil, dann sehe ich, dass euch das Ganze interessiert und ja, dann geht es auch direkt schon los. Jetzt werden sich einige fragen, okay, wie funktioniert das Ganze denn, wenn man selbst keine besonderen Fähigkeiten braucht? Und zwar könnt ihr mich einfach mit einem einzigen Klick kopieren und damit Geld verdienen. Und ohne groß Zeit zu verlieren, zeige ich euch direkt die Ergebnisse, das heißt die Einnahmen vom letzten Monat. Und hier sehen wir das Ganze auch schon, hier sehen wir die Gewinne der Kopierer, also die Gewinne der Leute, die mich eben hier kopiert haben bei der Strategie und das waren eben im letzten Monat über 20.000 Euro. Über 500 Leute haben das Ganze schon ausprobiert. Und ja, wie ihr jetzt hiervon profitieren könnt, das zeige ich euch jetzt. Und zwar werde ich in diesem Video nochmal alle wichtigen Fragen klären und hervorheben, worauf man alles achten muss. Und zwar funktioniert das Ganze mit dieser Seite. Hier habe ich euch in der Videobeschreibung verlinkt. Hier könnt ihr euch komplett kostenlos anmelden. Die Seite heißt Naga, habe ich ja auch schon das ein oder andere Mal gezeigt für die Leute, die meine Videos regelmäßig verfolgen. Und hier können wir eben die sogenannte Autocopy-Methode verwenden. Das heißt, hierbei habe ich beispielsweise ein Konto und ihr könnt mich mit einem einzigen Klick kopieren und bekommt dann die genau gleichen Ergebnisse auf eurem Konto gutgeschrieben. Und das Beste ist, für diese Methode benötigt man eben absolut kein Gewerbe, da man das Ganze eben komplett als Privatperson macht und nicht gewerblich. Und hier sehen wir auch nochmal die aktuellen Einnahmen vom letzten Monat und zwar über 20.000 Euro wurden hier eben von den Kopierern verdient. Wie funktioniert die Autocopy-Methode? Ganz einfach in drei Schritten. Und zwar zunächst könnt ihr einen Trader auswählen, in diesem Fall mich. Dann könnt ihr einen Betrag festlegen und dann könnt ihr auch schon auf Kopieren klicken und starten. Man kann hier eben innerhalb von vier Schritten direkt starten und zwar, ihr meldet euch kostenlos an. Dann müsst ihr euch einmal verifizieren. Das kennt ihr wahrscheinlich von anderen Plattformen auch. Dann eben die Einzahlung. Dann kann man auch schon starten. Wichtig natürlich, die Anmeldung ist komplett kostenlos und man kann das Ganze innerhalb von wenigen Minuten machen. Wann bin ich selbst hier immer aktiv? Nahezu jeden Tag, natürlich nur in der Woche, also am Wochenende jetzt nicht. Und wie viel an Einnahmen gibt es hier generell so pro Tag? Das Ganze schwankt tatsächlich immer. Heute beispielsweise war ein sehr, sehr guter Tag. Über 1.900 Euro an Gewinn. Wir haben aber auch natürlich Tage, an denen wir mal nur in Anführungszeichen zum Beispiel 800 verdienen oder auch teilweise auch mal mehr als 1.900 mal 2 oder auch mal 3.000. Das schwankt natürlich immer. Wie könnt ihr jetzt hiermit starten? Ihr klickt einfach auf den Link in der Videobeschreibung, dann hier auf erste Schritte oder beginne mit dem Trading. Dann öffnet sich schon diese Seite. Hier könnt ihr euch dann eben ein kostenloses Konto anlegen. Hier einmal das Wohnsitzland eingeben. In den meisten Fällen natürlich Deutschland. Dann auf Weiter klicken. Dann hier E-Mail und Nummer eingeben. Dann bekommt ihr einen Sicherheitscode zugesendet. Dann müsst ihr euch noch einmal verifizieren und einen kleinen Test absolvieren. Wenn ihr Fragen zu dem Test habt, schaut einfach dieses Video, was ich euch oben rechts verlinken werde, an. Oder schaut in die Videobeschreibung. Dort habe ich nochmal eine Anleitung zu diesem Test für die Plattform verlinkt. Ja, wenn ihr dann euer Profil verifiziert habt, geht ihr einfach auf die Suche und gebt meinen Namen ein. Lea und Kramer zusammengeschrieben. Genau so. Dann hier raufklicken. Ja, und hier seht ihr dann auch schon mein Profil. Und hier könnt ihr dann mit einem einzigen Klick auf Autokopieren meine Strategie ganz genau kopieren. Und aktuell sehen wir hier auch die ganzen Ergebnisse. Und zwar über 95% Trefferquote. Das heißt, von allen Trades, die wir schließen, schließen wir über 95% mit Gewinn ab. Was natürlich eine super Sache ist. Das Ganze spiegelt sich auch in der Statistik wieder. Das können wir auch hier ganz transparent sehen. Ich zeige es euch nochmal hier ganz genau. Und zwar, wir haben hier insgesamt schon über 43.000 Dollar, beziehungsweise knapp 43.000 Euro für die Kopierer, also für die Leute, die mich hier Autokopieren generiert. Das sehen wir hier auch nochmal, Summe der Nettogewinne. Und ja, an sich haben wir hier immer so knapp 3-4% Gewinn pro Trade. Teilweise auch mal mehr. Das heißt, teilweise auch 47%. Und ja, insgesamt haben wir hier schon richtig viel verwaltet. Und zwar, hier sehen wir uns über 9 Millionen Euro tatsächlich. Also eine absolut gigantische Summe, die wir hier auch schon bewegt haben. Und ja, aktuell bin ich mit den Ergebnissen hier sehr, sehr zufrieden. Was natürlich nochmal eine wichtige Sache ist. Was ist hier die Besonderheit von diesem Konto? Und zwar wir traden hier. Das sehen wir auch bei den Trades gleich nochmal ganz genau. mit relativ wenig Kapital pro Trade. Das heißt, immer so mit 150 Euro. Und das machen wir einfach aus dem folgenden Grund, weil wir eben ganz klar sicherstellen wollen, dass hier wirklich auch nahezu jeder uns kopieren kann, beziehungsweise mich. Weil natürlich ganz klar, es gibt auch Trader auf der Plattform, die traden zum Beispiel immer mit mehreren 1.000 oder 10.000 Euro. Und das macht ja einfach keinen Sinn für den Otto-Normalverbraucher, sage ich mal so. Und deswegen traden wir immer mit relativ wenig Kapital und dann auch eben logischerweise mit einem geringeren Risiko. Weil beispielsweise bei einem 150 Euro Trade kann man logischerweise weniger verlieren als bei einem 1.000 Euro Trade beispielsweise. Jetzt gehen wir auch direkt mal auf die Trades ein. So, hier sehen wir das Ganze. Wir investieren immer so knapp 150 oder 154 Euro pro Trade. Und die Ergebnisse sind unterschiedlich. Mal 6 Euro Gewinn, mal 2 Euro Gewinn, mal 4 Euro Gewinn, mal 5 Euro. Also immer relativ kleine Gewinne, aber dafür relativ viele Trades. Und das ist eben unsere Strategie. Und wenn wir das Ganze hier mal runterscrollen, sehen wir, aktuell funktioniert das Ganze wirklich sehr, sehr gut. Das sind hier die Ergebnisse von dieser Woche. Das Video wird wahrscheinlich Ende der Woche rauskommen. Jetzt natürlich noch eine ganz wichtige Frage. Und zwar, wie ist das jetzt mit den offenen Trades? Wir haben ja, wie gesagt, eine Trefferquote von über 90%. Aber auch ich liege natürlich nicht immer zu 100% richtig. Und was ist da aktuell die Vorgehensweise? Und das werde ich natürlich auch klar kommunizieren. Wir bzw. ich möchte natürlich auch, wenn möglich, so viele Trades es geht mit Gewinn schließen. Und deswegen habe ich aktuell die Strategie, dass wir eben die Trades, die eben aktuell dann negativ sind, erstmal offen lassen, bis sie eben wieder ins Positive rutschen und wir diese dann eben schließen können. Hier haben wir beispielsweise eine Position, das heißt, ein Trade, der noch offen ist vom letzten Monat, beispielsweise hier vom 7. Juli. Das ist allerdings nicht wirklich schlimm. Warum? Weil wir sehen hier, wir verdienen sogar noch daran, dass der Trade offen ist durch diese Swaps hier. Und das ist eben der Fall bei sogenannten Verkaufspositionen aktuell beim US-30. Und dementsprechend ist es nicht wirklich schlimm, dass dieser Trade noch offen ist oder auch noch ein bisschen länger offen bleibt, weil wir eben jeden einzelnen Tag an diesen Swaps hier noch verdienen. Und das ist eben bei den Verkaufspositionen der Fall. Und aktuell haben wir nur Verkaufspositionen offen. Und deswegen verdienen wir sogar an diesen Verkaufspositionen, solange sie offen sind, noch mit. Und wenn der Markt sich bald wieder verändert, können wir die dann auch aller Wahrscheinlichkeit nach, soweit es natürlich geht, keiner kann in die Zukunft schauen, mit Gewinn schließen. Also ist es überhaupt kein Problem. Man sollte sich eigentlich auch keine Panik bekommen, wenn eben Trades auch mal eine gewisse Zeit offen bleiben. Ja, wenn ihr dann hier Kopierer werden wollt, braucht ihr natürlich auch logischerweise Kapital. Das heißt, hier könnt ihr dann auf Autokopieren klicken und mich kopieren. Hier könnt ihr dann auf die Ein- und Auszahlung gehen. Hier könnt ihr dann euer Geld einzahlen. Und natürlich dann auch später wieder auszahlen lassen. Die Einzahlung funktioniert wirklich richtig super. Das heißt, hier kann man eben per Kreditkarte Direktüberweisung oder auch per Paypal einzahlen. Das geht wirklich extrem schnell hier teilweise sofort oder auch innerhalb von 10 Minuten. Ich mache das Ganze immer per Bankbeweisung oder eben per Paypal. Jetzt natürlich eine große Frage, wie viel Kapital braucht man hier, um Kopierer zu werden? Und dazu kann ich natürlich sagen, es ist jetzt hier keine Anlageberatung. Ich darf da natürlich keine klare Empfehlung rausgeben. Allerdings kann ich ja für meinen Teil sagen, wenn ich mich jetzt selbst quasi kopieren würde, würde ich sagen, macht es Sinn ab knapp 1000 Euro. Man kann es natürlich auch mit weniger probieren, aber eben die besten Gewinne oder auch eben die Möglichkeit, mit 100% zu kopieren, hat man eben laut meiner Erfahrung ab 1000 Euro. Ja, kommen wir hier zur Auszahlung. Da gibt es auch zahlreiche Optionen, zum Beispiel Kreditkarte, Bankkonto, E-Wallet oder auch Paypal. Das Ganze geht wirklich auch innerhalb von kürzester Zeit. Ich werde euch hier mal einen Auszahlungsbeweis von mir einblenden. Und zwar habe ich mir zuletzt wieder 900 Euro auszahlen lassen. Das Ganze kam über Paypal innerhalb von 24 Stunden an. Dazu hatte ich ja auch ein separates Video schon mal gemacht. Also die Auszahlung funktioniert auch wirklich einwandfrei. Jetzt natürlich noch eine wichtige Frage und zwar, Was ist mit den Gruppen? Ich hatte zu dem ganzen Thema hier schon einige Telegram-Gruppen gegründet und da habe ich auch einige Nachrichten noch zu bekommen. Ich werde da das Ganze jetzt nach und nach immer beantworten. Ich muss allerdings sagen, ich schaffe es zeitlich aktuell kaum, da hinterher zu kommen und da immer regelmäßig zu posten. Deswegen seid mir da bitte nicht böse, wenn ich da aktuell nicht so die Riesenzeit für habe, weil ich eben aktuell auch an sehr, sehr vielen Projekten arbeite. Aber ich werde natürlich da mein Bestes geben. Ich werde euch die Gruppen natürlich trotzdem noch mal in der Videobeschreibung verlinken. Wir haben da eine öffentliche und noch mal eine private quasi nur für die Kopierer. Da werde ich auch bald wieder die ganzen neuen Leute aufnehmen, keine Angst. Und ja, dann werde ich da hoffentlich bald wieder ein bisschen öfter posten, aber aktuell schaffe ich es zeitlich kaum. Aber wie gesagt, ich werde euch die Gruppen trotzdem mal in der Videobeschreibung verlinken. Ja, eine absolut super Sache meldet euch einfach kostenlos an mit dem Link in der Videobeschreibung. Wie gesagt, wenn ihr noch mal Fragen habt zu dem Einstellungstest, dann klickt einfach auf das Video, was ich jetzt hier in der Mitte einblenden werde. Denn dort erkläre ich noch mal alle Infos, wie man eben diesen Test besteht, was man alles einreichen muss etc. Und dann sehen wir uns gleich im nächsten Video wieder. Bis dahin, bleibt gesund und tschüss.